hallo ihr tollen menschen herzlich willkommen zu einem neuen update video hier auf meinem kanal andys kinoblog ja wer hätte es gedacht dass ich noch mal vor silvester ein neues video raushaue ich eigentlich nicht mehr aber ja es gibt ein update und zwar hatte ich ja bei meinem letzten video als ich die saturn 5 lego rakete gebaut habe erzählt dass ich noch eine vitrine bestellt habe für diese tolle rakete und wie im hintergrund sehen könnt ist sie heute endlich angekommen ich habe sie ausgepackt ich habe sie aufgebaut ich bin super zufrieden wirklich richtig geil das video auch gar nicht jetzt so lange gehen ich will euch einfach nur weil ich euch ja versprochen habe nochmal ein update video zu machen euch einfach kurz schnell das gute stück zeigen ich habe es über amazon bestellt es hat 140 euro gekostet es ist beleuchtet es hat mehrere beleuchtungsfunktionen und kam aus china hat leider knapp zwei monate gebraucht aber auch wenn es jetzt lange gedauert hat es entschädigt jetzt wirklich diese ganze lange wartezeit weil es mega geil ist ich zeige es euch einfach mal das heißt ich drehe mal kurz die kamera ich hoffe es läuft alles weiter so und das ist das gute stück und ich bin einfach der meinung dass das die lego rakete noch mal richtig toll aufwertet so ich wäre nicht der andy von andys kinoblock wenn bei mir alles automatisiert wäre deswegen sage ich jetzt einmal alexa wohnzimmer lampe aus alexa wohnzimmer lampe aus sie hat mich nicht verstanden genau so und einmal alexa saturn an sehr geil und mega geil hier unten ist schön eingraviert mission apollo ja mega geil durch diese beleuchtung in dem glas super cool fangen die buchstaben auch an zu leuchten wir haben hier unten auf der bodenplatte die erde mehr oder weniger simuliert dann gibt es den weltraum und da oben den mond und das ganze hat zwei verschiedene beleuchtungsmodifikationen einmal haben wir hier blau weiß dann haben wir nur weiß und wir können es ausschalten oder ach was auch cool ist ihr seht die untere bodenplatte leuchtet und durch das plexiglas hat man hier oben auch noch das gefühl es leuchtet mit wir können das ganze natürlich auch in blau machen so und mir gefällt natürlich auch am besten das komplette blau weiß ich muss echt sagen das wertet die rakete super geil auf hier unten sind es noch sogar platz für die mondlandefähre und für die wasserung sphäre praktisch beziehungsweise dass die die raketen kapsel selber wo die astronauten dann die ganze zeit drin waren hier oben habe ich noch einen menessen ein astronaut dran gemacht den habe ich noch separat bestellt der hat 2 euro 30 gekostet deswegen finde ich das ziemlich ziemlich geil und ich muss echt sagen für das geld und das ist so lange gedauert hat ist die rakete wirklich sehr sehr cool es sieht super auf aus und wertet das ganze ding in meiner meinung nach richtig auf also ich weiß noch nicht ob ich das da stehen lasse aber erstmal lass ich es hier stehen und mal gucken ob es noch einen besseren platz findet aber momentan das ist einfach mal hier auf dem lautsprecher stehen ich hoffe es kippt nicht um aber das ding ist so stabil eigentlich dass da nichts passiert einzige nachteil was ich hier habe oder was wir hier haben ist natürlich dieses plexiglas ist super fingerabdruck empfindlich aber was soll man sagen ich finde es geil so alexa wohnzimmerlampe an ihr lieben das war es von mir hier von meinem kleinen update video ich habe euch versprochen ich mache es noch den ein oder anderen wird es vielleicht nicht interessieren eine einfache vitrine für lego aber mir macht lego spaß ich finde lego geil klemmbausteine sind super da ist man nie zu alt für so ihr lieben ich wünsche euch trotzdem alles gute rutscht gut rein ins neue jahr wir sehen uns bei meinem nächsten video haut rein euer andy von andys kinoblog bis dann ciao so knöpfe drücken tschüss